hey ihr zuckerschnutten herzlich willkommen bei evas gaming ich liebe es wenn ein plan funktioniert und in diesem fall hat er ziemlich gut funktioniert und wenn ihr vigor genauso cool findet wie wir dann lasst doch gerne ein abo und ein like da und aktiviert die glocke denn so verpasst ihr garantiert keine folge mehr von uns und jetzt viel spaß zeit schloss da wird er sein da wird er in ihren zeit standorten wird er sein ich kann so wie hoch zwei ich kann so wie hoch zwei können ich bin sicher ich kann er sucht den zweiten schalter jetzt ja der ist eingefunden er rennt da unten rum jetzt ein zweier einen habe ich zweiten habe ich auch was beide oder was ja ist halt nicht ist der noch da drin jetzt scannen wir mal kurz da muss er auch da drin sein ich wollte es spannend machen jetzt gehen wir da der ist rausgerannt ich glaube ich habe mich alle der grün haben wir stehen nach wo sind der grüsor sie sind leer oder was also wer und dann hat er sich verbreitet des doch linie hat es alter ist nicht wahr guck mal hier jetzt kommt man auf irgendwelche was wir wir haben jetzt schon die dino set die tasche voll habt oder was ja ja der hat schon freier auf die tasche ja ja der ist leer gut den rennig zurück zum dings hier gradiert nachher schon von schon mal aufgemacht das wäre es ja gewesen wirklich also ich lauf noch ins haus rein und so an denke mir so ja wenn hier jetzt wieder ist auf jetzt aufgerinnung garantiert kommt jetzt wieder so ein ding aber das ist ja wieder gewesen oder was ja das mal dachte ich jetzt zum das wirklich dachte ich ich habe die tür aufgemacht gehe rein und auf der anderen seite der tür war war das ding ne anseite des hauses jack orby big red you just killed me halten wir den mit in der runde oh jetzt weiß nicht sag du es mir habe ich dich getötet tut mir leid und dachte so echt scheiße was unser zum wirklich ich weiß nicht magisch an die dinger irgendwie ja ist ja so wie ich die trolle von habe findest du die ja auch toll also die ganzen vergleichen ich habe die füße ab macht ob schlange ja er war mir ach echt check ach so sorry sorry please come back gerade mal zurückgespult vielleicht ist keine musik mal zurückspulen wie ist dein name hier genauso jack ja anscheinend hat er zurückgespult ja anscheinend hat er zurückgespult ja anscheinend hat er zurückgespult ja ich hoffe ich habe nichts böses gesagt ich wusste gar nicht du wusste gar nicht mehr dass jack auch spielt ja heute wieder ein lüftchen aber da hinten sieht zu dunkel aus kriegen wir noch die witte ja tut mir leid heute weht ein richtiges lüftchen na den tut mir leid entstickt und alle hoppen sie daran das ist die strafe dafür dass du mir einen apfel in der mikrowelle warm machen wolltest ach manny das ist doch mehr darfst du noch nicht kriegen das ist reine erziehungssache reine erziehungssache ja man muss da wirklich man muss da wirklich aufpassen dass man nicht zuviel gibt jetzt weißt du auch warum die kontaktbomben heißen ja die suchen ganz viel kontakt zu enden ey was meinst du kann die kinder strömung mit rausschwimmen so wie bei fortnite probier mal sag mir ob es klappt diesmal mehr gemütlichkeit ruhe und gemütlichkeit du gehst noch ein paar regel für meine haupte wenn wir ordentlich in arbeit werden oder ja ja jack ist da stimmt war er alleine war der ein zu zweit später ne ne zu zweit später ist es der der da alleine stand oder waren es jetzt die beenen unten am wasser mit ner roten jacke und ner grünen mütze hat er hat jack auf ne er steht nicht alleine irgendwo oben an dem felsen ist der vergrabene schatz wo der wasserfalle wo der fluss lang geht ach scheiße genau verkehrte richtung das ist ja andere richtung ja ne andere richtung nicht aber andere seite nicht da drüben ja also obwohl da wahrscheinlich ach stimmt doch wir gehen ja drauf zu ja probier doch noch meinst du nicht schaffst du noch oh gut ich versuch'n ja aber ich weiß nicht genau wo die stelle ist also muss ziemlich weit oben sein bis es aussah an der felsen eigentlich sieht man es immer ja ziemlich genau wenn du davor stehst du musst dir einen orientierungspunkt suchen dann geht es ganz gut probier es mal mit gemeldet oh ich zeige ein ohr wo unten so ne scheiße ey was hat er eine rote jacke ne rote jacke und ne grüne mütze hat er also den seinen kopf sehe ich hier nicht er ist glaube ich hier warte mal nö dann hast du ihn umgelegt dann bin ich nicht schuld da hat er ja gesagt bist du ja dann hier soll ich dir mal zeigen warum oh hier muss er liegen hier kannst du sonst nochmal die Leiche zeigen die Leiche seine Leiche zeigen solltet will er bestimmt sehen müsste er eigentlich sein hier ja ich glaube ja Jack wir machen wieder Belebung wo wo ich zeig ich zeig also äh bei mir sind nur die Beene da ich seh keinen Pullover mehr oh da gucken nur Füße raus aus der Erde mit's die Schuhe die hätten komplett nackig gemacht so den Pullover klaut ich hab sie jetzt selbst so bis zur Hälfte eingegraben nur den Hintern der guckt raus hm 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 ja willst du machen hm ja hm mächtig gewaltig Egon aber sowas von ich glaub das war der an den Stein ja hier ich hab ihn schon jetzt Nadine hier ist nochmal drinnen war ich noch nie ne 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 ach Ablenkung du Ratte hm hm ne ich wollte nur Vorsprung haben für die nächsten Autos ah scheiße alle schon in die Hälfte ja noch ein zwei noch hier hinten 12 aber ich hätt genau gewusst dass du mich überholt hättest dann und dann konnte ich nicht klar damit ich nicht gleich komme ja wenn du so kleine Probleme hast ey weh noch einmal los die Pistolik muss damit noch ein Kill machen ja nein tut dir keinen Zwang an ne noch zwei Kill doch tut dir den Zwang an ja so és mit o so mit Nadine mhm so und so weg Panzer